Ruhig, auch breit machen. Ball muss angenommen werden, Till rück rein. Also Till raus hier, andere Seite kosten. Lohen Bälle müssen flach, ne? Flach und ihr müsst wach werden, wach. Alles mitmachen hinten. Der erste Ball ist unser, das reicht nur, das reicht. Egal, komm ins Feld, den Ball, egal. Der Gegner finden, Stellar, komm, seid wach. Wird weit werfen, du, pass auf. Er wird weit werfen. Der war letztens doch Feld spielen. Ja, doch. Spiele den. Wacht da, bis ihr Bissigade alle mal kommt. Mit Tempo raus, mit Tempo. Mit langsam geht's nicht. Komm, Mika, bewegt dich wieder. Komm, lauf durch, lauf durch, lauf durch. Lauf durch. Weiter. Darf nicht springen, darf nicht springen. Till dagegen. Nochmal, komm, Lu, hinten ran. Till, Bissig dagegen. Nein, lass dich nicht aushaken. Es muss ein bisschen Bissigade werden. Komm wieder raus. Wer hilft, Lu, Dreieck. Mika, nicht so in der Mitte. Nicht so in der Mitte. Du musst es breit machen, dass es stiller kommen kann. Tu mal, Mika, das ganze Feld haben wir doch hier. Weiter wieder rein, Till. Schneller rein, Mika, mach auf, bitte dicht. Bitte schneller dicht, Mika, schneller. Ich bin der Stängel dafür. Gegen. Ja. Hey, wir wollen gegen. Alle mal Bussiger jetzt. Alle mal Bissiger. Komm, Mika, mal weiter. Weiter, komm, Till, aus, raus. Weiter. Spiel, Ball wieder, komm. Weiter, ruhig. Till, das wird zeigen, das zeigt. Weiter. Spiel ab, das Ding, spielen. Mika, abspielen. Egal, weiter, nächster Ball, egal. Weiter, ist doch gut. Weiter. Gegner, und jetzt muss der Ball mal ran, dann müssen wir rangehen. Tim, Ruhe. Weiter, Gegner auch. Kannst du nichts machen, Hannes, egal. Gegner suchen. Der kommt nicht zu dir, du musst ihn selber finden, Till. Kommt weit, pass auf, Luke, pass auf, hinter dir, länger. Der ist doch klar, der wird lang. So, Torwart. Aus und raus, Till, komm, komm, komm. Schneller, du musst dir schneller werden. Nee, hilf, Till. Levy, Zeit, geht. Gut, weiter, bis dran, Levy, spielen. Ruhig, wieder ruhig spielen, ruhig. Ruhig, ruhig, weiter. Lucha. Weiter, kriegst du noch, Levy, egal, kriegen wir noch. Ecke mit. Levy. Egal, Ecke machen wir, Till, ruhig. Sie sind ganz vorne. Büyig. Du, 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 ganz vorne. Ganz vorne. Du hast Zeit, wenn, du, du, hast Zeit. Okay. Mitmachen, Tim, du bist nicht anspalenbar. Weiter, weiter, weiter. Das ist doch keine Kinderpille. Das hört man noch. Keine Luft drauf und so tief ist weg. Weiter, Lu, mach doch mit. Komm mal, Spannung, Lu. Wir lehnen hier zurück, da musst du ein bisschen Gas machen, Junge. Abzug, Abzug. Ja, egal. Na, Lu, ein bisschen hier die Pirne, da muss jetzt das kommen da. Aufgaben, wo sind wir dran? Hinten ran, da kommt ein langer Schlag. Na, ihr müsst jetzt wach werden, Lu. Du musst jetzt reden und wach werden, denken. Kein Ball springen. Roman, das ist aber kein E-Jugendball hier, oder? Langer Ball, pass auf, in der Hand, den ziehen wir ein Stück zurück. Guck mal, das ist auch kein E-Jugendball. Das hört man, da ist keine Luft drauf und kein Gewicht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Nehmen wir die Luft vorbei. Mannes! 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 Wie ist denn Mannes? Komm, Sachen kleiden. Komm, Sachen kleiden. Wenn wir es, wenn wir es! Zeigen, ruhig sind, ruhig sind. Reike auf, gut, Zeit, Lebe, Zeit. Richtig, Lebe. Richtig, Lebe. Rang, ran, Tim. So, wir wechseln gleich mal. Philipp, du kommst gleich mal vorne rein, ne? Gas machen, Gas machen. Denk dran, er springt wieder. Denk dran, er springt. Er kommt wieder weit. Wir müssen den Ball in der Luft haben wollen. Gut, Tim, nach vorne. Gut, nehm ihn an, Mika. Mika! Früher spielen den Ball, Mika. Früher spielen. Früher den ersten Pass spielen, Mika. Weiter, 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 wieder ran, ruhig. Mika, komm mal kurz raus, Philipp rein, Philipp rein, komm. Mika, komm mal kurz raus. Ich bin der Power, wir haben keine Zeit hier. Wir müssen das so durchfahren. Wieder anbieten, Tim, ohne Bewegung geht nix. Wir hauen den Ball weg, Edi. Tieren in die Mitte rein, gut. Auseinander, Philipp, auseinander, weg, auseinander. Wir sind dran, wir sind dran, komm. Gut, Emmi. Wieder nach hinten, Tim, komm, steller, Emmi, er ist weg, wenn du nicht dran bist. Es kommt ein langer Schlag. Der Ball ruft, der Ball ruft. Hey, ihr müsst steller sein, er macht nur lange Schläge und ihr müsst, Lou, Tim, ihr müsst wach werden, zurück, zu lange, komm. Das muss jetzt passieren, Lou. Gut, Emmi, runternehmen. Gut, Philipp. Weiter nachsetzt, nachsetzt, komm, Philipp ist dran. Gut, ran, 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 bei den Leuten im Blick. Gut, Philipp. Hannes, mach mit. Schlagen, Hannes. Schlagen, Hannes. Ran, 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 ran. Ran, Elvi, ran. Ran, Elvi. Muss bisschen mehr werden. Gut, Hannes. Mach mit. Gut, Philipp, weiter. Wieder gegen, 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 gegen. Gut, Till. Gut. Klasse. Weiter. Klasse. Aus wieder, aus wieder. Philipp, lachen. Hannes, Spiel, Spiel. Gut, Hannes. Weg. Gut, nimm ihn runter, nimm ihn runter, nimm ihn runter. Runter. Emi gegen. Schöner, du kommst gleich hier, du kommst hier rein. Schöner, abseits! Schöner, Abseits! Schöner, Abseits! Emi, komm mal raus, Schöner, rein! David, du kommst gleich linkenseite. Ziel kommt in die Mitte. Nach außen muss der Ball raus. Zeig wieder aus, im Schraffraum raus. Im Schraffraum, wo er liegt, Hannes und schlagt den Ball lang raus. Komm, werd jetzt wach. Hey, wir wollen den Ball haben. Mach mit, Hidro. Weiter, nimm ihn an. Weiter, Klara füllen einfach den Ball. Till, ruhig rein. Tim, ruhig rein. Komm, gegen den Ball, gegen den Ball. Hinter dir, Lu. Ran. Komm, gegen den Kopfball. Till, ihr seid zu lässig. Daher geht er nicht gegen. Komm, anrufen. Niemand anders. Komm, Till, mach mit. Ruhiger, Levi. Ruhig. Till mit rein. Rein besetzen. Rein, Tim. Rein, Tim. Helfen, Tim. Torwart! Nicht zurück! Gut, Hannes. Komm, es werfen ihn gar. Ich werfe ihn doch. Komm, Till, du kriegst ihn, du kriegst ihn. Hau dir was zu, Till. Wieder lösen. Geh mit ran, Till. Gut. Egal, noch mal ran. Ran mal helfen. Gut, Till. Klasse. Nochmal. Nochmal, Jaina. Vorwart. In der Hand. Außen, raus, Till. Immer runter. Immer runter, immer runter. Gut. Tim, du wirst dich ja zu hören und nicht zu sehen. Ruhig. Andere Seite aufmachen. Ruhig. Ruhig. Gut. Gut. So, du komm mal raus, Tim. Mittlerweile, David. Weiter. Komm weiter. Ruhig. Tiff. Weiter. Ruhig. Power. Komm weiter. Weiter. Spielt den Ball. Ruhig. Ruhig. Tim, mach mit. Mach doch mit, Tim. Gut, David. Bring mal die Flanke vor. Gut, bring nochmal. Mit rechts. Gut. Hast Zeit. Tim zum Ball. Blops. Reichstuss. Till, mach. Till, mach. Vorlegen. Flippis. David, links raus. Links raus. Hey, Tim, lauf mit nach. Lauf mit nach für den Nachschuss. Tim, lauf mit rein, Tim, rein für den Nachschuss. Tim, hau drauf. Bsk. Egal, weiter. Du bist überhaupt nicht wach in der Birne, ne? Guck mal, was machen wir mit dem süßen Hohen? Wir machen gar nichts. Guck mal dazu. David, guck den Gegner! Wir müssen ihn in der Luft haben, Jane, dann dreh dich um! Da kommt ja nur eine lange Kirsche. Till auch! Gegen! David, nimm ihn runter! Super! Ruhig, hast du noch, Till! Aus! Das ist für uns, komm! Grundstück! In den Fuß werfen! Nein! Weg, ne? Genau, nimm ihn runter! Wieder an! Herr Mika, ein bisschen einfacher spielen, ne? Und dann auch nicht so dribbeln, dribbeln, sondern spielen gehen, spielen gehen! Weiter, einfach, einfach! David, mach mit! Weiter! Bring rein, die Flanke! Egal, Ecke! Wille, Ecke, komm! Variante jetzt mal! Nicht beide! Genau! Tim von Hübden! Schieß drauf, Tim! Schieß drauf, Tim! Schieß drauf, Tim mal! Egal, umdrehen, umdrehen! Egal! Nessi, du kommst auch gleich, ne? Nessi, du hast ja das letzte Mal geboren und kommst auch gleich! Wir sind ja nicht in Hamburg! Wir sind ja nicht in Hamburg! Nein, wir müssen ja nur haben wollen! Komm, Mäu-Maham, 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 du hast Zeit! Sag mal's, Nebi! Spiel den Ball! Zoena, du musst früher spielen! Der erste Pass muss kommen, Zoena! Gut, Philipp. Ja, egal! Weiter! Nachlaufen, Nachlaufen! Weiter, Ball kommt! Komm, nehm ihn, Joanna! Tim, zeig dich! Philipp! Philipp, nicht so dicht rein! Nicht so dicht rein! David, weiter raus! David, weiter raus! Raus ist das andere rein! Annehmen! Ruhig, ruhig! Komm, David, raus! Raus! Zeig dich! Einfach ein Ball! Durchlaufen, Philipp! Durchlaufen! Durchlaufen! Nehmen ihn runter! Komm, Körper rein! Nochmal, Levi! Gut! Nochmal! 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 Nochmal, David! Nochmal! Komm, Philipp! Philipp, muss ran! Gute! Klasse! Das ist super abgelaufen! Komm, Philipp! Mach mit dir! Mach mit, Philipp! Du willst den Ball haben! Wir müssen das Donauern spielen! Hinten rein! David, komm! Phil, hinten rein! Nach vorne! Nach vorne! Nach vorne! Na, Oli! In die Frage! Mach weiter! Mach weiter! Mach weiter! Noch weiter! Verlagern, Philipp! Verlagern! Sehr gut! Verlagern, Philipp! Verlagern! Sehr gut! Weiter spielen, Joanna! Hast Zeit! Hast Zeit, David! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Gut! Ecke! Jeder ein! Jeder ein! Ganz recht! Man muss doch mal auf Kosti, das ist doch noch gut! Ein Kosti, Kosti! Wer war gleich am Kosti! Jenna, mach mit! Annes, komm raus! Annes, komm raus! Gute! Gute! Superliss, weiter! Superliss, weiter! Superliss, weiter! Gegen gehalten! Lass jetzt nicht schießen! Gehen da ins Gegend, komm! Los, komm ran! Komm durch, durch, durch! Er darf nicht schießen! Komm mit nach David, kipp mal! Ja, der war gut, weiter! Komm weiter! Gegen, gegen, gegen! Gegen, gegen, gegen! Komm Hannes! Super Hannes, klasse! Hey, wir müssen ein bisschen da hinten sein, ne? Komm ran, ran, ran! Klasse durchgezogen! Kurze Pause, trink was und nicht weiter, ne? Habt ihr alle was getrunken? Phil, mach mit, bitte! Den Fuß, den Fuß, den Fuß, David! Genau, komm weiter! Falter, Almburg, Falter, Almburg! Falter, Falter, Falter! Ja, ihr habt! Aber das Fuß muss ruhig bleiben, ne? Komm ran, gegen die Gegner, gegen! Lessi, bleibt da! Wird weit werfen, pass auf! Noch mal wieder ran! Du hättest den Gegner, ich seh keinen! Komm, such dir den, wird wach! Weck das Ding, Till, weg! Gut! Komm runter, nehm ihn runter! Lessi, Lessi! Ruhig spielen, wieder lösen, komm lösen! Gut, Lessi! Bring das Ding! David, mach mit, du tromst dich, mach mit, häng nicht ran! Gut, Lessi, gut! Die Sterne müssen vors Torgebimm draft werden, dann wird das was! Komm, wieder kurz lang und der Kohn den vor dem Ball im Fuß! Gut, kurz lang, häng nicht weiter, lehnt der Team! Die Streiter hat erlbt, Wohl nicht! Tief! Tief! Gut, der Ball fehlt! Tief! Häng nicht weiter, lehnt er, gering! Häng nicht weiter, häng nicht weiter! Einwurfs, Vorsitzende sind immer. Weiter Einwurf! David, du machst keinen Einwurf mehr. Das dritte schlechter Einwurf. Nur Allah, einmal wiederholen, ja? Okay, dann machen wir mal. Die Beine bleiben beide auf dem Boden. Das ist jetzt nicht neu. Den Fuß werfen. Ja, der ist doch besser. So. Weiter, weiter, weiter. Ruhig, einer nur, Jenna. Ruhig. Super gemacht, Philipp. Schade, Tim war gut. Weiter. Enger werden brauchen die Gegner. Die Kim. Drück sie, David, drück sie. Sie ist auch gut. Er ist gut. Er ist gut. Er war gut. Dreh dich, Tim, dreh dich. Egal, weiter, aber gut. Schön, es läuft gut. Nach vorne. Wieder kurz lang kommen. Der Werner nicht stehen. Da, sicherst du ab. Mach mit, Tim, mach mit. Genau. Es muss auch mal ein Schuss kommen. Du bist in der besten Position für den Schuss. David in die Mitte rein. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Tim, du kommst gleich noch mal zu da. Er fährt für Jenna. Ja. Gut, Jenna, der ist gut. Wieder gegen, wieder gegen. Aussehen, Halle, Spiele. Egal, aber gut. Rücken ran. Klasse, Tim, sehr gut. Der wird wieder weit werfen. Passt auf. So, ran, Jenna. Gut, noch mal. Till gegen. Nochmal, Till. Nochmal. Ey, ihr guckt nur auf den Ball. Sichert die Gegner ab. Gut. Jenna, dreh dich um. Dreh dich um, Jenna. Philipp, dazwischen, dazwischen. Egal, kommt wieder ran. Egal. Komm mal. Nehm das nicht. Dann wird die ja weit werfen, Kinder. Joanna, pass auf. Joanna, hier ist das Spielfeld. Da muss er rein. Da rausballen hört das nichts. Wir müssen ins Bellen. Herr Emmi, so ein Ball muss ins Zelt wieder ran. Ja. Komm wieder ran. So, weg das Ding, weg das Ding. haut's doch mal raus. So langes Ding, komm. Lächel kurz auf, pass auf. Hand, Till, ran. Gut, Till. Nochmal, nochmal. Vor, vor. Gut. Komm, damit kriegst du noch. Komm, kriegst du noch. Okay, ist Antwort. Jenna, komm mal in die rein, ganz schnell. Komm, Jenna, ganz schnell. Komm, komm, schnell. Jetzt. Jetzt geht's jetzt. Uh, ich weiß nicht. Wieder rein. Ja, zieht mich richtig da. Der Ball muss ins Feld. Unsere Zeit, nicht zu rücken gehen. Mit weiterer Einwurf wieder. Philipp, pass auf, abseits auf. Komm, Lessi, du hol den Ball. Lessi, ran da. Rann, ran, ran, ran. Lessi, nicht träumen. Philipp, komm mal kurz. War gut, war gut. Andere Seite, Andere Seite, Lessi. Mika, Mika. Spiel durch, Spiel durch. Schade, war gut, gut, umschalten, umschalten, Gegner wieder im Blick. Komm, war gut, Mika, egal. David zuckt den Gegner. Er kommt wieder lang und wir müssen ihn wieder haben in der Luft. Gut, Till, nimm ihn mal runter, Lessi, nimm ihn runter. Rann noch mal, Tim, ran. Gut, noch mal, gut, David, klasse, ruhig. Und jetzt, bitte, ja. Ein weiterer Lessi. Sehr gut. Gut, David, sehr gut. David, hilf mir mal noch hinten. Er macht den Haken, Tim, er macht den Haken, nochmal. Gut, schön. Ganz ruhig. Hier kommt es, hier kommt es. Gut, hast Zeit, dreh dich weg, Mika, dreh dich weg. Weiter. Komm weit, ja. Außen auf, außen auf. Etwas ruhiger werden, steh hinten bei. Der hilft, der hilft, rennt nicht alle weg, Ebi, zeig dich. Nehm auf Lücke. Rücken auf, drücken. Rücken auf, drücken. Kisse, ey. Gut, Till. Sag was, David, mach mit, mach mit, mach mit, David, mach mit. Das ist Zeit, das ist Zeit. Komm, Mika, nach vorne, auf, nach vorne, Mika. Wir haben einen Ball rausgehalten. David, reich dich aus. Alter, den hast du. Ruhig, ruhig, geh, ruhig. David, nirsch dir auf. Ruhig, nirsch dir auf der Seite. Sehr gut dabei, egal. Komm, rüber, komm, rüber, David, das ist schon ein bisschen übergehen. Komm, David, rein, 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 rein. Zum Ball, Ebi. Gut, Ebi, auseinander, auseinander, auseinander. Was sagt, Mika? Mika dabei, muss mal abgespielt werden. Hey. David, in die Mitte reinrücken, in die Mitte reinrücken, David. Gut, Ebi, der ist cool. Gegen, Tim, gut, Torwart. Jawohl, und wieder zurück. Außen raus, komm, David. Müssen wir haben wollen, müssen wir haben wollen. Gut, Tim, klasse. Sehr gut gemacht. Mika, du tust jetzt den Ball, ich seh dich nicht, gehör dich nicht, du jetzt mal. Komm. Außen, David, außen. Sehr gut, hat's frei. Okay. Okay. Ich bin Koffe. Ich bin Koffe. Mika! Ja, der Wohl. Tief. Komm, du mal nach Hause. Mika, schick, Mika, schick. Schick, 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 schick. Ein Wohl, ein Wohl. Mika, komm. Wollt, du nicht mal. Da, er ist nicht. Ebi, Lessi, selber dran. Er wird wieder weit der Öffnung, ihr müsst es doch jetzt mal merken. Hey, ich sag's jetzt zehnmal und beim elften Mal seid ihr wieder nicht wach. Till, von hinten durch, durchsauernd. Ebi, Lessi, komm rein, wir wollen den Ball erst machen. Der wird noch durch. Gut, man muss auch mal schlagen, ne? Wieder ran, wieder ran, traut euch was zu. Gegen, gegen, gegen. Hand, gegen, ran. Okay, gleich rein. So, komm, Sperre, tricke selber. Durch, durch, durch. Durch. Philipp, gegen, nochmal, gut. Philipp, schick, Mika. Komm, ran, 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 Svenna, du hast den. Körperzüchel. Körperzüchel. Gegen, gegen, Philipp, angehaufen. Anlauf, her, komm, Philipp. Gut, Levi, nochmal, nochmal, Levi, nochmal. Komm, Philipp, jetzt bist du dran. Nochmal dran. Körper dran, bist dran, Svenna. Gut, aber entzählt den Ball. Entzählt. Gut, was kriegst du dran, das versuchst. Den hinten ran. Bitt ich, biss ich ran. Der wird weit werfen, der wird weit werfen. Nein, Philipp. Nein, Philipp. Wenn du den ins Feld drehst, ist das super. Hast du toll gemacht. Das ist gut dagegen. Der kommt wieder. Gegen. Gut, jetzt komm, gegen, 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 links. Gut, nochmal, gegen. Kann nur raushauen. Komm, nochmal, Philipp, nicht abdrehen. Körperzüchel. Schieß. Klasse. Komm, 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 wir machen. Hannes, mach schön mit. Hannes, mach schön mit, ne? Ja. Mitmachen. Lippschüss. Gut, Philipp. Abgezogen, gut. Und das nächste Mal richtig durch. Er wird weit kommen. Müssen wir haben. Gut, Jänner. Gut, Levi, setz dich ab. Gut, Levi, starte durch, Philipp. Starte durch, Philipp, starte durch. Wir wollen Druck auf sie ausüben. Na, guck, wenn du gleich durchstartest, hast du den Ball. Levi, komm. Philipp, du musst mehr Druck auf sie ausüben. Na, komm, mehr Power drauf. Aus. Aus. Jänner, der erste Ball muss in den Fuß. Ja, den verschenken wir, den verschenken sie. Komm, wir zwingen den wieder. Philipp, mehr Power rein, auf die Leute Druck machen. Geht nur so jetzt. Gegen, gegen, gegen. Gut. Vielen hatten wir. Gut, und haben wir jetzt in der Luft. Gut, Lees, klasse. So, Hand ran, ran, Jänner. Mach ihn gleich, komm, Tim ist. Auf, du sind. Aber sauber mit beiden Füßen auf den Boden. Der andere muss stärker kommen. Guck, du bist. Guck, du bist. Hirt ihn einfach so. Geht ihn einfach. Genau. Komm, Tim, zeig dich mehr auf Lücke. Einer nur, der andere löst sich. Hinter dir. Weiter laufen lassen Sie mir. Komm, wir kommen hin, Jänner, rein in die Mitte. Komm, Philipp, ran, Körper zwischen Philipp. Gut, Tim. Auseinander. Komm, spiel dich. Gut, Lees, sehr gut. Rein, abseits. So kommt man hin. Philipp, zieh da mal durch. Egal. Philipp, komm. Philipp, pass auf David in die Mitte rein. Gut, Jänner, gut. Komm rein. Hey, rückt rein, rückt rein. Wir wollen den haben, David. Wir wollen keine Angst haben. Hannes, Hannes. David, komm bitte nach unten. Das ist gerade gut. Gegen. Nochmal. Nochmal, Einbruch von normal. Einmal drauf. Geh dicht da ran, Philipp. Dicht da ran. Der schenkt dir den Ball nicht. Du musst ihn erholen. Jänner, wir wollen den haben. Gut, Jänner. Schade. Pass auf, er kommt weit. Schnell. 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 Darf nicht springen. Gut, Jänner. Aber versuchen wir in die Richtung. Da, Jänner, da muss der Ball hin. Ja, die können wir nicht alle verschenken. Gegen, Jänner. Wie auf jeden wartest du, Jänner. Gut, gehen. Weiter, weiter. Es ist noch drin, es ist noch drin, es ist noch drin, es ist noch drin, es ist noch drin. Aber jetzt ist er aus. Doch, er war ausruhen. Mann, gut, nur wieder. Gut, nochmal, komm, nochmal. Nochmal, 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 nochmal gegen. Mir wird auch was. Komm mal, lass ihn. Stilleb, du musst ihn anlaufen, Pille. Das ist zu langsam, du kannst nicht warten. Geh da mit Druck drauf. Das hat er zehnmal gesagt. Und lauf durch, lauf durch. Wieder nicht durchgezogen, Pille. Von da, doch kein Rückfall. Das war eine Partei. Letztes Jahr, du klopft ja für Philipp noch mal rein. Ich möchte von dir Torschüsse sehen. Torschüsse. Versuch, drauf zu ballern. Oder die Dinger scharf aufs Tor zu bringen. Setz dich weiter ab, Jenna. Setz dich weiter ab. Setz dich weiter ab. Gut, David. Absetzen. Es ist zu eng, ihr müsst schießen. Na. Gut, Jenna. Nochmal, nochmal, Jenna. Nochmal, Spiel ab. Spiel ab. Philipp zurück, komm David in die Mitte rein. Hier kriegst du nur du, Tee. Nur du kriegst Tee. Nur du, kann langhaken. Sehr gut, Tee. Okay, war gut. Wieder ran, hinten ran. Der wird wieder weit werfen. Pass auf. Wenn er das fisch. Jetzt ist es, nein. Und wieder weit. Pass auf. Komm, Philipp, jetzt mal durchlebt. Wie zieht man? Hey, Jenna, nicht nur nach vorne gucken. Bietet euch an, ihr kommt nicht auf Lücke. Zeigt euch nicht. Gut, Tee. Genau, nur schnell. Andere Seite, Tim. Pass auf Abplatz auf. Tim, pass auf Abplatz auf. Komm, hast du den, Tim. Kriegst du noch? Sehr gut, nochmal. Komm, nochmal, gehen. Weiter. Zieh, spielen. Genau. Geh zum Tor, Philipp. Geh zum Tor, zum Tor. Nein, nicht weg. Jetzt schießt nicht aufs Tor. Hau nochmal drauf, Philipp. Hau nochmal drauf, Philipp. Philipp, es müssen Schüsse kommen, haben wir gesagt. Du darfst nicht springen. Du darfst nicht springen. Philipp! Du darfst nicht springen. Gar nichts. Durchlaufen, Philipp, durchlaufen. Philipp, komm mal raus, lass sie rein. Komm, komm, steh. Philipp! Ich sag's dir jetzt zum zehnten Mal. Komm mal her. Du musst den Gegner angereicht haben. Der schenkt dir den Bein. Du musst rüber auf ihn machen. Der hat Schiss vollzieht. Aber da hat er nicht, wenn du nur zuguckst. Du musst fragen. Was sagst du denn? Was sagst du denn? Versuchst du? Dein Schiff. Bruno, bitte. Mitmachen. Du startest. Er wird weit kommen. Das Spiel weiter geht. Emma, diese Richtung. Das sechste Mal. Ja. Ja. Er muss ins Feld. Er muss seinen Körper reindrehen. Das Spiel miteinander. Komm, Levy, lauf durch. Hermine. Hermine, kommst du jetzt zu drüben. Drüben. Komm, komm. Gut, aber du musst versuchen den Kopf in die Richtung, wo er hinspielen will. Wer hilft wieder, wer hilft? Gut, ist noch drin, weiter, viel durch, gut. Viel wieder durch. Ah, leh mich selber. Gut, komm schnell, komm komm komm. Wir machen ein bisschen mit. Du kommst gleich wieder rein. Aber ihr seid wach, ihr seid wach. Andere Seite, sehr gut zählen. Rein rücken, Emmi, rein rücken, sonst hätte ich tanzen. Rein rücken, Emmi, rein. Noch mal, noch mal, komm, Emmi. Körper zwischen einer, nur einer, nur lässige Hand. Weiter. Ja. Weiter. Der ist hier den ersten Pass, muss ich spielen. Freistoß, ja. Den ersten Pass. Den hinten rein, helfen. Mauer vor, Alessia, Emmi, Mauer! Alessia, Emmi, in die Mauer! Und auch wenn er vorliegt. Vor, gleich stehen. Genau, gut. Und keiner geht raus. Und keiner geht raus. Komm, schneller holen. David, David, komm mal. Lu, jetzt in die Mitte rein. Vielen links, vielen links jetzt. Aber Lu, jetzt wach, ne? Das ist richtig und klar. Das ist gefremd, war gut. Mitte rein, Lu, gut. Nessi, bleib mal rechts, bleib mal rechts. Du holst dir deinen Raum weg. So, jetzt kannst du gleich mal reinlaufen von hinten. Komm, schnell! Komm, schnell! Emmi, Emmi, spulen wir mal erstmal zur Absicherung. Wenn du so jetzt... Komm! Schneller in Anbruch! Nessi, was ist los? Leute, ey, tausend Einfluss! Das haben wir noch gar nicht da! Guter Ball! Nochmal! Ruhig, ruhig! Komm, Lu! Komm, Lu! Mit wach, komm! Alles passt auf, wo der Ball ist. Wir schlagen nur noch lange Dinger, ne, Hannes? Komm, komm, komm! Komm! Warte, du nicht jeden Ball nur langschlagen! In die Außenkirche, auch anbieten! Nein! Die sind nicht dabei! Nein, die sind nicht dabei, mit der Ball, bei dir! Komm, komm! Warte, du bist nicht dabei! Komm, komm! Warte, ey! Hey, hey! Das ist aber nicht nur! Guck mal! Du träumst die ganze Zeit! Du musst euch nochmal Gedanken machen! Wie geht das jetzt weiter? Was kann ich tun für dieses Spiel? Warte, du kannst dich rolen! Das ärgert dich, Will! Ist doch egal! Das hat mir jetzt ab! Das gibt es nicht! Ja, ja, ja! Geht das weiter? Gut, weiter! Komm, durch! Durchlaufen! 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 Wollen wir haben, Emi! Nur du! Gut, Emi, das war klasse! Jawohl! Lässt sie ran! Du, du, klasse! Emi! Ja! Emi! Gut! Der ist gut! Schade! Nochmal, Lässt sie! Feuern! Super, Lebi! Platz! Emi, rein in die Mitte rücken! Emi, rein in die Mitte rücken! Null Hälschen! Null Hälschen! Null Hälschen! Null Hälschen! Gut, klasse! Weiter! Hälschen! Egal, komm zum Ball, Emi! Komm, Lässt sie! Gut! Gut! Gut, Tee! Hast Zeit, Lebi! Komm, mach Gas, Lebi! Mach Gas, Lebi! Mach Gas, Lebi! GAS! GAS, Lässt sie! Hälschen! Hälschen! Null Hälschen! Hälschen! Null Hälschen! Und! Komm, spiel mal aus! Komm, Lässt sie hoch! Hier kommt weiter! Wir sind noch wieder rein! Lös dich! Lös dich! letztes Ding! Hälschen! Hast Zeit! Super Kampf alle so grö health! Wie beau, kick zu diesem, da kein Intermein! Berkball! Gut weiter. Pei! Gutaaish! Nein! 5-3! W numerical! Egal! Weiter! Egal weiter! Einmal, egal, komm! 4-2 spielen wir. 4-2, wenn nicht ein anderer. Ich sehe keine System-Scheiße. Komm, spielen! Komm, spielen! Komm, spielen! Mit spielen, mit spielen! Vorne mit rein! Druck hinter euch! Druck hinter euch! Druck hinter! Druck hinter! Druck hinter! Schieß! Schieß! Komm, gehen wir mal rein! Druck hinter! Druck hinter! Räuber läuft durch! Räuber läuft durch! Räuber kommt einer! Räuber! Bist du noch mal bereit? Räuber noch! Hierbleiben! Das gibt nur noch Kehr zu kriegen! Keiner kann! Queller kann! Räuber nochmal! Kommt ihr, Lässi, komm! du bist dran. Lass den Ball laufen, einen Kontakt, weiter. Irgendwie aus und aus. Andere Seite. Komm, Lessi, häng dich ran. Lassi, sag dir was. Gut. Zum Ball, zum Ball. Genau, weiter. Wieder lösen, lösen. Gut, sieh ab, Lessi, zum Tor. Passt du. Schade, aber mit Mut mehr. Schade, nachlaufen. Lassi, komm mal mal. Philipp, guck mal mal ab. Gegen, wir machen zu wenig gegen. Philipp, guck nicht zu, mach Druck drauf. Wir haben es jetzt zweimal gesagt. Durchlauf hin. Lauf gleich durch, dann hast du den Ball. Egal, weiter umschalten wieder gegen. Tim, bleib ruhig weiter. Komm, still, gehen. Lang, lang. Jetzt kommen wir ins Zentrum. Spiel, spielen, spielen. Abzug. Oh, schade. Lauf gleich. Lauf gleich. Mika kommt gerne mal, Mika kommt gerne mal. Vorn rein, aber... Ey, lass den Ball rein. Willst du's wenden? Ja dann, aber los. Mit ein bisschen Körpersprache. Einer ran. Emi, spielen gehen, nicht spielen und dann nur Willen. Du hast die Möglichkeit, den ersten, den du siehst, spiel ihn an. Mika, komm, ganz kurz, nur kurz was trinken, dann gehts gleich, du musst ja noch mal ran, komm. Komm zum Ball, zum Ball. Philipp, du träumst, da musst du auch mal mit ran, Philipp. Philipp, du musst da gegen, da kommst du zu. Mach da Power drauf. Tim, pass auf Abseite aus. Kannst du ihn an, Philipp, hast du die Zeit. Schieß, schieß. Tim! Mal, sie mal Null. Egal, Emi, war gut! Ist gleich wieder so weit, Levi. Ist gleich wieder so weit. Gut, Emmi, noch mal. Was denn? Nee, du bleibst drin, du trägst noch einen Schluck und dann ist gut. Du musst jetzt sein, komm, du musst jetzt sein, wir haben keine Zeit, ich kann nicht mehr. Komm. Wir müssen jetzt verspeisen. Komm, rein. Komm. Sag mal, spielen, spielen. Gut. Nehmen wir einen, kriegst du noch. Ruhig, 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 ruhig. Gehen. 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 Nee, keiner. Schade, super Schusstehe. Komm, 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 schnell. Gehen. Gehen Sie. Enay, hinay. So, vorne mit rein Lu, vorne mit rein. Probier mal aber mit Mut, und Emmi bleibt zwischen sichern. Enay! Hintern her, Hinay! Der ist vor allem, stability zu Till rauf, für dich, da ruhig. Hast Zeit, hast Zeit. Hast Zeit! Langsam! Was soll ich da? Nicht von da! Es ist früh! Wir spielen alle nur mal in Langsiedung. Dann wird's nicht. Weiter, weiter! Super, Phil! Gut! Emi, komm mal raus! Lu und Till sind die beiden Verteidiger. Es gibt keine anderen mehr jetzt. Zwei Verteidiger. Komm! Ich seh dir nicht, wie du was für den Ball tust! Wir müssen Mann gegen Mann jetzt, Till! Nicht hinten im Raum! Geht nicht! Gut, du hol noch mal den! Arm weg, Lu! Till! Mann gegen Mann! Nicht da hinten im Raum! Mann gegen Mann! Geht nicht anders! Tim bleibt da! Philipp jetzt nicht knitteln! Es muss jetzt mal was passieren! Mika! Dagegen! Komm! Gegen, gegen, gegen! Nevi bleibt vorne! Stell es langes Ding! Durchlaufen! 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 Nehm ihn an, Till! Nehm ihn noch an! Mach's ruhig! Zeig! Philipp macht den Einwurf! Philipp macht den Einwurf! Nevi zeigt ihn! Hui! 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 Na komm doch mal! Na komm doch mal! Hui! 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 Ika, komm doch mal raus, Nessi rein, komm! Lang, lang, lang! Kommt wieder lang, komm, wir wollen den Ball arm looten, Titt! Nessi bleibt vorne! Aber jetzt nicht alle in der Mitte, wir sind zu eng bei den anderen, ne? Ne, wir machen Oma das Viertelfeld mit, Titt! Geh, 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 geh! Weiß, geh, 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 geh! Nessi, tu mir mal so einen Ball, man sieht gar nichts Auf, raus, raus! Hiermit packt doch der Druck drauf, du kommst wieder zu! Geh! 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 Unternehm! Okay. Wieder spiel den Ersten. Genau, spiel wieder den Ersten. Ja, aber flach Philipp! Flach! Wieder flach den Ersten, genau. Geh runter die Linie! Anger! Ah, cool! Gut! Na, nicht klar? Muss ja. Ohne Fahrrad-Plamotten heute? Wir füllen Fahrrad, total. Wenn schon, wenn schon. Ich stehe total beschissen. Auseinander, Philipp! Hast du damit gerechnet, dass die Sonne noch rauskommt? Egal, war gut! David! David, reinkommt! Guck mal, da kann ich euch nicht verstehen. Da macht er hier Sandspiegel. Unsere Mannschaft spielt und verliert einen Pokalleitfinanz. Jetzt ist hier irgendwas im Sandkratzen. Was ist mit euch los? Das kann ich echt nicht. Zweiter. David, spiel den Ball! Ja, verloren! Ja, verloren! Ja, verloren! Ja, verloren! Nein! Ja, verloren! Komm, ich darf... Ja, vielen Ball! Philipp, du bist nicht anspielbar. Ja! Das ist nur noch ein Vorschlag, was ihr heute liebt, auf 50 Barsch. Kim, komm mal raus. Ich gehe noch mal rein. Ich gehe noch 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 rein.